Daheim, daheim, welch ein seliges Gefühl. Wie viel Wonne fasst es nicht in sich, dieses eine, dieses einzige Wort. Die BUWOG wurde im Jahre 1951 gegründet, hat viele Stationen hinter sich, ist heute nicht nur ein erfolgreiches Wohnungsunternehmen in Österreich, sondern ein Tochterunternehmen der börsennotierten Vonovia SE und sind damit eines der bedeutendsten und wachstumsstärksten Wohnungsunternehmen in Österreich. Daheim, daheim, ist doch das süßeste Wort, welches die Sprache hat. Die BUWOG ist ein Unternehmen mit mehr als 68 Jahren Erfahrung und hat noch sehr viele Pläne für die Zukunft. Der Mensch braucht ein Plätzchen und wäre es noch so klein, von dem er kann sagen, sie, dieses ist mein. Hier lebe ich, hier lieb ich, hier ruhe ich mich aus, hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Haus. Über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich beschäftigen sich mit allen Facetten des Wohnbaus. Mit viel Engagement sind sie täglich für unsere Kunden im Einsatz. Nur zu Hause ist der Mensch ganz. In der Heimat Wurzeln, oh welche Zauber, liegen in diesem kleinen Wort daheim. Laufende Weiterentwicklung am Puls der Zeit und die Optimierung unserer Prozesse und Services im Sinne der Kundenorientierung zeichnen uns aus. Weitere Informationen über die BUWOG finden Sie unter www.buwog.com Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt. Man kann nicht verокаред manufacturing. Man kann nicht nur damit der Dougabe nachdenken, Oh nein! Ähnlich BIG